Unsere Forschungsgruppe hat ein neues Experiment durchgeführt. Es wurde geprüft, welche Obstsorten schwimmen und welche nicht. Getestet wurde ein Apfel, eine Birne, Blaubeeren, eine Orange, Rosinen und Weintrauben. Sie wurden vorsichtig in eine Wanne mit Wasser gegeben. Der Apfelschwamm oben. Die Birne sank. Ein paar Blaubeeren schwammen, andere sanken. Die Orange schwammen. Die Rosinen sind gesunken. Auch die Weintrauben sanken auf den Grund. Testet selbst, welche Obstsorten schwimmen und welche nicht. Und wenn ihr mit dem Experiment fertig seid, könnt ihr einen leckeren Obstsalat aus den Früchten zaubern. Viel Spaß!